Willkommen zum offiziellen Video-Guide für die Einrichtung Ihres neuen DLAN 550 Wi-Fi Powerline Adapters. In den folgenden Minuten erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den DLAN 550 Wi-Fi in Betrieb nehmen und mögliche Probleme lösen. Folgen Sie bitte den Hinweisen im Video so genau wie möglich. Lassen Sie sich nicht hetzen. Falls nötig, pausieren Sie das Video oder spulen Sie einen Schritt zurück, um eine Anweisung noch einmal anzuhören. In nur 8 Minuten können Sie Ihren DLAN 550 Wi-Fi dann im vollen Umfang nutzen und WLAN sowie Internet in jedem Raum Ihres Zuhauses genießen. Das DLAN 550 Wi-Fi Starter Kit besteht aus zwei Adaptern. Der DLAN 550 Duo Plus ist ein reiner Powerline Adapter für die Verbindung zum Router. Der DLAN 550 Wi-Fi bietet zusätzlich eine WLAN-Funktion und kann an jeder beliebigen Steckdose in Ihrem Zuhause genutzt werden. Bitte notieren Sie nun zunächst den Wi-Fi Key von der Rückseite des DLAN 550 Wi-Fi Adapters. Stecken Sie jetzt die beiden Adapter in die gewünschten Wandsteckdosen. Jeder Adapter benötigt nach dem Einstecken etwa 45 Sekunden, um einsatzbereit zu sein. Sobald die Haus-LED bei beiden Adaptern durchgehend leuchtet, sind Sie betriebsbereit. Verbinden Sie nun den DLAN 550 Duo Plus Adapter per mitgeliefertem LAN-Kabel mit Ihrem Router. Drücken Sie anschließend den Verschlüsselungsknopf auf der rechten Seite des Adapters. Drücken Sie nun innerhalb von zwei Minuten am DLAN 550 Wi-Fi Adapter die Taste mit dem Haus-Symbol. Sobald die LEDs konstant leuchten, sind die Adapter betriebsbereit. Um sich mit dem WLAN zu verbinden, öffnen Sie bitte das entsprechende WLAN-Menü Ihres Smartphones, Tablets oder Notebooks. Wählen Sie das mit DEVOLO beginnende Netzwerk aus. Anschließend geben Sie den Wi-Fi Key ein, den Sie zu Beginn notiert haben. Fertig! Nun können Sie sowohl den LAN-Anschluss als auch die WLAN-Funktion des DLAN 550 Wi-Fi nutzen. Benötigen Sie WLAN und Internet an weiteren Steckdosen, können Sie jederzeit zusätzliche Adapter hinzufügen oder den DLAN 550 Wi-Fi in eine andere Steckdose stecken. Die Einstellungen bleiben dabei erhalten. DLAN Powerline Adapter arbeiten mit maximaler Leistung, wenn Sie direkt in einer Wandsteckdose betrieben werden. Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit Mehrfachsteckdosen, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel. Mit dem DEVOLO Cockpit für PC, Mac, Smartphone und Tablet können Sie Ihr Heimnetz noch einfacher und übersichtlicher konfigurieren und überwachen. Das DEVOLO Cockpit finden Sie auf der DEVOLO Webseite zum kostenlosen Download. Das Cockpit bietet eine übersichtliche grafische Darstellung Ihres Heimnetzes und der aktuellen Übertragungsgeschwindigkeiten zwischen Ihren Powerline Adaptern. Grüne und gelbe Verbindungen sind gut oder zumindest ausreichend. Rote Verbindungen sollten optimiert werden. Hierzu bietet DEVOLO Cockpit eine integrierte Hilfefunktion mit nützlichen Tipps. Sie können zudem die Adapter individuell benennen, beispielsweise nach Ihrem Standort. Darüber hinaus können Sie dem gesamten Netzwerk ein individuelles Passwort zuweisen oder einzelne Adapter in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Die integrierte Auto-Update-Funktion hält automatisch all Ihre DEVOLO Adapter und das DEVOLO Cockpit selbst auf dem neuesten Stand. Im Menü über Cockpit können Sie zudem einen individuellen Supportbericht generieren. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie im Problemfall von den Mitarbeitern des Service Centers dazu aufgefordert werden. Das Cockpit ist auch als kostenlose App für Smartphones und Tablets verfügbar. Laden Sie sich die my DEVOLO App für Apple iOS und Android einfach aus dem iTunes Store oder dem Google Play Store herunter. Die my DEVOLO App gibt Ihnen auf Ihren Mobilgeräten jederzeit einen umfassenden Überblick der Verbindungsgeschwindigkeiten in Ihrem Heimnetz. Zudem können Sie in der App den einzelnen DEVOLO Adaptern individuelle Namen zuweisen. Sie können auch direkt anhand der Status-LEDs Ihre DLAN Powerline Adapter erkennen, ob mit Ihrem Heimnetz alles in Ordnung ist. Leuchtet an einem Adapter überhaupt keine LED, prüfen Sie bitte zuerst, ob diese in der Cockpit-Software abgeschaltet wurden. Blinkt die Haus-LED, befindet sich der DEVOLO Adapter gerade im Verschlüsselungsmodus. Leuchtet die Haus-LED weiß, ist alles in Ordnung. Blinkt sie rot, ist die Verbindungsqualität mangelhaft. Es werden aber weiterhin Daten mit niedriger Bandbreite übertragen. Ist die WLAN-LED des Adapters aus, wurde die WLAN-Funktion des Gerätes ausgeschaltet. Blinkt die WLAN-LED schnell, befindet sich der Adapter gerade im WPS-Modus. Wenn die WLAN-LED des Adapters durchgehend weiß leuchtet oder langsam blinkt, ist die WLAN-Funktion aktiviert. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass in Ihrem Heimnetz ein Problem vorliegt, informieren die Status-LEDs Ihres DEVOLO Adapters Sie ebenfalls darüber. Zum Schluss gehen wir noch einige häufig gestellte Fragen inklusive Ihrer Antworten und Lösungen durch. Leuchten sowohl die Haus- als auch die WLAN-LED Ihres Adapters weiß und es ist trotzdem keine Internetverbindung möglich, prüfen Sie in diesem Fall bitte das LAN-Kabel zwischen Router und Adapter auf Beschädigungen und korrekten Anschluss. Blinkt die Haus-LED Ihres Adapters rot? Stecken Sie in diesem Fall bitte den DLAN 550 WiFi Adapter in eine andere Steckdose. Alternativ können Sie auch den mit dem Router verbundenen Adapter in eine andere Steckdose stecken. Können Sie keine WLAN-Verbindung zwischen Ihrem mobilen Gerät und dem DEVOLO Adapter herstellen? Prüfen Sie in diesem Fall bitte zunächst, ob die WLAN-Funktion an Ihrem Smartphone, Notebook oder Tablet aktiviert ist. Anschliessend prüfen Sie bitte, ob die WLAN-Funktion am Adapter eingeschaltet ist. Zuletzt lassen Sie sich bitte dem Netzwerknamen anzeigen. Ist Ihr Mobilgerät mit dem richtigen WLAN verbunden? Falls nicht, öffnen Sie bitte das entsprechende WLAN-Menü Ihres Smartphones, Tablets oder Notebooks. Wählen Sie das mit DEVOLO beginnende Netzwerk aus. Anschliessend geben Sie den WiFi-Key ein, den Sie zu Beginn notiert haben. Leuchtet keine der LEDs Ihres DLAN-Adapters? Prüfen Sie in diesem Fall bitte, ob der Adapter richtig eingesteckt ist. Falls diese Massnahmen nicht helfen, Ihr Problem zu lösen, notieren Sie bitte die Gerätennummer von der Unterseite des Adapters und kontaktieren Sie das DEVOLO Service Center unter der Nummer 0049 241 99 082 222.